Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder der LMU Community, herzlich willkommen zu unserer ersten Health Lecture. Diese ist eine Veranstaltung im Rahmen des Diversity Months 2021 We Care at LMU. Fokus des Aktionsmonats ist Gesundheit, Wohlbefinden. Ja, liebe Mitglieder der LMU Community, gesunde Schule ist eine diverse Dimension an der LMU. Denn eine ausgeglichene Lebensführung trägt zu einer aufgeschlossenen Haltung und zur Forderung der Diversität bei. Und das ist das Motto für Exzellenz und essentiell für ein inklusives Miteinander. Aus diesem Grund haben wir uns bewusst dafür entschieden, dieses Jahr die Diversität Dimension gesunder Schule zu beleuchten und zu den Themen Gesundheit, Wellbeing, Selfcare, Work-Life-Balance, Study-Life-Balance zu informieren und sensibilisieren. Motto dieser Initiative ist We Care at LMU. Mit diesem Motto, We Care at LMU, mit dieser Initiative, möchte die Hochschulleitung der ganzen LMU Community ihre Wertschätzung zeigen und auch Unterstützung anbieten und Impulse setzen. Heute freue ich mich sehr, unsere erste Health Lecture offiziell zu eröffnen. Bevor wir anfangen, einige technische Hinweise. Die Spreche der heutigen Veranstaltung ist Deutsch. Aber um diese Veranstaltung barrierefrei zu gestalten und für alle zugänglich zu machen, stellen wir im YouTube-Kanal der LMU eine Aufnahme mit Untertitel sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch zur Verfügung. Wichtig für Sie, Sie können an uns durch den Q&A-Funktion von Zoom Fragen schicken. Ihr werdet es sich nach dem Vortrag vorlesen. Und noch ein letzter Hinweis. Wir leben immer noch in Corona-Zeit. Deswegen möchte ich Folgendes betonen. Wir alle im Studio haben uns vorher testen lassen. Wir halten uns an die Abstandsregeln. Alle hinter der Kulisse tragen Masken und die Festlassik geöffnet. Und jetzt sind wir ready to start. Ich freue mich nun sehr, Ihnen unseren Gast, Prof. Dr. Julia Meierle, vorzustellen. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie auch Zeit genommen haben und Ihr zu sein. Danke für die Einladung. Bevor wir zu Ihrem Vortrag kommen, möchte ich ein paar Worte über Sie sagen, sodass unsere Publikum sich kennenlernen kann. Prof. Dr. Julia Meierle ist Direktorin der Medizinischen Klinik II am LMU Klinikum und hat den Lehrstuhl für Gastroenterologie und Epathologie an der Medizinischen Fakultät der LMU. Sie ist Internistin, Gastroenterologin, Endokrinologin und Diabetologin. Nach ihrem Studium für Humanmedizin in Münster war sie 13 Jahre an der Universität Greifel tätig. Dort wurde sie 2011 auf eine Professur für Innere Medizin und Molekulare Gastroenterologie berufen. Dort übernahm sie auch die Leitung der Zentralendoskopie als Stellevertreter Klinikdirektorin der Klinik für Innere Medizin. Im Jahr 2006 kehrte sie zurück nach München, wo sie eigentlich geboren wurde, um ihre aktuelle Leitungsposition anzunehmen. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte sind Erkrankungen der Bauchspeicheldruse und des Magendarmtrags. Für ihre Leistungen und Forschungsergebnisse auf diesem Gebiet erhielt sie zahlreiche Preise, zum Beispiel den Martin-Gulsthoff-Preis, den Serans-Krebs-Preis sowie den Thanauser-Award. Aktiv engagiert sich in den Gremien ihrer nationalen und internationalen Fachgesellschaften, zum Beispiel in der Entwicklung von Therapieleitlinien. Ihre Publikation-Liste enthält mehr als 370 Veröffentlichungen mit mehr als 11.000 Situationen. So Frau Meiler, vielleicht nach Ihrem Vortrag können Sie uns erklären, wie Sie alles so meistern können. Aber jetzt freuen wir uns sehr auf Ihren Vortrag. Bitte sehr. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Es ist eine wirkliche Ehre für mich. Und der Wunsch und das Thema, mit dem ich mich heute auseinandersetzen möchte, ist die Krebsfrüherkennung. Was wird angeboten und woran wird wissenschaftlich gearbeitet? Sie werden es mir nachsehen, nach meinem Lebenslauf, dass ich überwiegend die Beispiele aus dem Bereich der Gastroenterologie, also des Magen-Darm-Trakts wähle, um sozusagen die Erkenntnisse der letzten Jahre zu illustrieren. Vielleicht auch, weil wir in diesem Bereich nicht ganz unerfolgreich waren und ich für diesen Vortrag durchaus Hintergedanken habe und Sie gerne auf Dinge hinweisen möchten, die Sie in Ihrem Lebensstil vielleicht oder wie Sie besser auf sich aufpassen können. Krebserkrankungen sind die zweithäufigste Todesursache und Sie sehen hier auf dem Dia die Auflistung der Erkrankungen, die zu Tode führen und an oberster Stelle immerhin mit 15 Millionen pro Jahr finden wir hier kardiovaskuläre Erkrankungen. Weit abgeschlagen, nur noch bei der Hälfte, aber immerhin an zweiter Stelle Krebserkrankungen. Und die Frage, die sich natürlich dann sofort stellt ist, warum sind Krebserkrankungen so häufig, warum nehmen die Todesfälle zu, obwohl wir doch alle wissen, dass die Therapien immer besser werden. Und sicherlich eine ganz einfache Erklärung ist die alternde Bevölkerung. Eine Erklärung, die wir alle ungern hören, aber doch täglich erleben, ist unser zunehmendes Übergewicht, die zunehmende geringere Bewegung, unsere Ernährung, die im Vergleich zum Ötzi eher ungesund ist, der Tabakkonsum, unsere Sonnenanbeterei. Wir freuen uns doch alle, wenn es mal sonnig ist, rauszugehen und so richtig viel Sonnencreme dann doch nicht immer zu benutzen. Ich wollte doch braun werden. Ionisierende Strahlung. Wir allen sind beim Fliegen oder auch durch diagnostische Verfahren sehr häufig Röntgenstrahlen ausgesetzt und das wird dann doch ein erheblicher Teil und aber auch, und das ist etwas, was wir in der letzten Zeit gelernt haben, Infektionen. Das heißt, wir wissen, dass die Infektion zu einer Inflammation, zur Entzündung führt. Die Entzündung, die dauerhafte Erneuerung von Zellen bedarf und jede Zelle, die sich immer häufiger teilt, dann eben auch irgendwann Fehler in der Teilung macht und entarten kann. Es gibt natürlich auch genetische Ursachen, die uns für Krebserkrankungen prädisponieren und das alles zusammengenommen führt dazu, dass wir eine steigende Anzahl an Krebserkrankungen haben und Krebstodesfällen, obwohl wir therapeutisch durchaus Fortschritte gemacht haben. Ich fange einfach mal an mit dem kolorektalen Karzinom, der Darmkrebs, die häufigste Krebserkrankung in Deutschland und hier wissen wir, dass wir etwa 66.000 Neuerkrankungen pro Jahr haben. Es verteilt sich relativ gleich auf Männer und Frauen. Es macht 6 Prozent der gesamten Krebserkrankungen. Da relativiert sich dann das oben wieder, die häufigste Krebserkrankung. Sie sehen die Diversität in den Krebserkrankungen. Wir beklagen jährlich 30.000 Todesfälle pro Jahr an Darmkrebs und die, die wie Frau Biagini besonders gut rechnen können unter Ihnen, sehen jetzt sofort, was denn dann das mittlere Überleben ist, nämlich ungefähr 24 Monate. Und was wir uns auch klar machen müssen, ist, dass diese 30 Todesfälle zehnmal mehr sind als die Toten im Straßenverkehr und über die lesen wir doch sehr häufig in der Zeitung. Das ist aber alles nicht so triste, sondern wir haben eigentlich sehr viel getan und es soll ja heute um Früherkennung geben, um Prävention und Möglichkeiten und hier ist das kolorektale Karzinom ganz klar ein Erfolgsmodell. Die gesetzlichen Krankenkassen sagen, ab 50 Jahre sollte eine Frau mindestens ein einmaliges Beratungsgespräch erhalten. Es wird ihr in den nächsten fünf Jahren ein Stuhltest angeboten, der auf okkultes, also nicht sichtbares Blut untersucht und ab dem 55. Lebensjahr soll sie eine Darmspiegelung machen. Bei den Männern beginnen wir noch etwas früher, weil wir wissen, dass der Darmkrebs dort früher entsteht und dass auch die Polypen früher entstehen und so hoffen wir, dass wir die Rate an kolorektalen Karzinomen reduzieren und vor allem auch frühzeitig kurative, das heißt heilbare Stadien finden. 2002 waren wir in Deutschland auf Rang 1 in Europa, das heißt wir hatten die meisten Neuerkrankungen und über diese Programme, die Sie auf der linken Seite sehen, haben wir es 2014 immerhin auf Rang 7 geschafft. Das heißt durch die Früherkennung konnten wir erreichen, dass in Deutschland Darmkrebs früher erkannt wird und damit auch früher behandelt wird. Bisher konnte es nur bei den Darmkrebserkrankungen die Anzahl der Todeswelle durch Früherkennung so drastisch gesenkt werden. Wie drastisch und warum, das möchte ich Ihnen in den nächsten Minuten zeigen. Ich habe Ihnen eine amerikanische Studie mitgebracht und das ist eigentlich nur die Zusammenfassung. Initiiert wurde das Ganze von der American Society of Gastroenterology, aber auch von der American Society of Gastrointestinal Endoscopy und finanziert über das NIH. Und bereits 1977, also wirklich vor einer ganz lange Zeit, hat man begonnen zu überlegen, welche Intervalle brauche ich bei Vorsorgekoloskopien, damit ich Polypen reduzieren kann und Krebstodesfälle verhindern. Und das ist das, was Sie hier unten links im Bild sehen. Da hat man nämlich erstmal einfach angefangen, nur alle drei Jahre zu koloskopieren und dann ein zusätzliches Intervall nach einem Jahr einzufügen. Und was man dadurch gesehen hat, ist, dass es letztendlich ausreicht, dass wenn Sie einen normalen Darm haben, alle drei Jahre, und inzwischen haben wir das sogar gestreckt beim normalen Darm bis auf zehn Jahre, zu koloskopieren. Das war eine ganz wesentliche Erkenntnis, weil in der Möglichkeit und in der Entwicklung der Endoskopie war natürlich am Anfang die Überlegung, na dann machen wir das halt jedes Jahr. Das ist für den Patienten ein bisschen unangenehm, aber dann verhindern wir das Ganze. Wenn Sie dann in die Mitte gucken, da wo oben drüber das Adenom steht, was sich dann in ein kolorektales Karzinom auf der rechten Seite entwickelt und unten diese Graphen anschauen, dann sehen Sie die rote Linie ganz unten, das sind die beobachteten Adenome, Polypen, in der Kohorte dieser Studie. Fünf. In der Studie darüber sehen Sie die Adenome, die man erwartet hat, anhand der vorherigen Daten der Studie, die man ja 1977 schon begonnen hat und oben sehen Sie die, die in einem Kollektiv, was keine Vorsorgekoloskopie hatte, nämlich mit 43 oder die, die überhaupt einfach nur aus den Gesundheitsdaten entstanden sind. Und da sehen Sie, dass Sie letztendlich die Rate bis auf fünf drücken konnten, weil Sie regelmäßig untersucht haben. Jetzt sind natürlich Polypen sowas sehr Abstraktes und das, was wir natürlich verhindern wollten, ist Mortalität. Und dazu komme ich im nächsten Dia. Hier sehen Sie nämlich, dass genau diese Überwachungsstrategie dazu geführt hat, dass Sie von 25 Todesfällen auf zwölf reduzieren konnten, also 50 Prozent, und dass letztendlich die Mortalität in der Kohorte, die niemals Adenome hatten, das heißt, das ist die unterste Linie unten, fast überhaupt nicht mehr nachweisbar war. Sodass man also sagen kann, wir erreichen durch diese Vorsorgekoloskopie mit Abtragung von Polypen eine Reduktion der Mortalität um 50 Prozent und bei adäquater Nachkontrolle, das heißt, wenn der Patient sich bereit erklärt, das wirklich zu machen, können wir das Risiko eines kolorektalen Karzinoms zwischen 76 bis 90 Prozent senken. Also es kann eigentlich gar nicht mehr auftreten. Hat das auch in Deutschland geklappt? Ja, Sie sehen hier, die Daten gibt es leider nur bis 2014, wird sicherlich bald aktualisiert werden, aber auch hier sehen wir, dass grundsätzlich die Inzidenz und die Mortalität für alle Gruppen fällt. Aber, und hier sehen wir auch den Grund, warum diese Kurven nicht bei null angekommen sind, das Angebot der Vorsorgekoloskopie wird höchstens von 25 Prozent der Versicherten angenommen. Das heißt, Sie haben hier eine Tabelle aus den Daten der Kassenärztlichen Versorgung in Deutschland und da sehen Sie die unterschiedlichen Vorsorgeuntersuchungen, die angeboten werden und Sie sehen, dass 12 Prozent sich beraten lassen zum Darmkrebs, 14 Prozent einen okkulten Bluttest machen und 24 Prozent sich maximal koloskopieren lassen. Und jetzt würden Sie denken, wir Bayern sind ja in der Regel etwas klüger, wir versuchen unsere Bevölkerung zu bilden, wir gründen bayerische Krebsforschungszentren. Hamburg schafft es, dass fast doppelt so viele nicht Patienten, auch nicht Probanden, sondern Versicherte zur Vorsorgekoloskopie gehen. Während wir in Bayern gerade mal bei 16 Prozent sind. Und ich glaube, wenn Sie wissen, dass Sie 90 Prozent der Karzinome verhindern kommen, dann sprechen Sie mit Ihren Angehörigen und sagen Sie ihnen, mach doch die Vorsorgekoloskopie. Wenn nichts ist, hast du wieder zehn Jahre Zeit. Alle zehn Jahre können wir das doch aushalten. Was aber auch so ist, ist, dass die 76 Prozent kommen, weil wir natürlich gelegentlich in den Untersuchungen auch was übersehen. Und wir sehen aber auch, dass wir über die Jahre, und diese Grafik ist von 2003 bis 2017 stetig besser werden. Das heißt, wir finden immer mehr Polypen und einen Polyp, den wir finden, tragen wir ab. Ich zeige Ihnen in einer Minute, wie das geht. Zum einen haben wir bessere technische Möglichkeiten. Das, was Sie hier gerade sehen, ist etwas, was ich in meiner täglichen Praxis hasse. Das ist nämlich eine fast dreidimensionale Darstellung beim Koloskopieren, beim Darm spiegeln. Das heißt, Sie gucken nicht nur nach vorne raus, sondern Sie haben auf einmal Kameras, die nach links und rechts gehen. Das heißt, Sie müssen sich im 3D-Blick orientieren, wo denn jetzt eigentlich Ihr Polyp ist. Nach zwei Koloskopien habe ich dann Kopfschmerzen und bin nicht sicher, ob ich das vorteilhaft für mich finde, aber wahrscheinlich vorteilhaft für den Patienten. Wir haben andere Möglichkeiten. Und da sehen Sie hier oben links so einen kleinen Polypen. Der ist sehr stark vergrößert. Das heißt, in der Realität ist er wahrscheinlich so vier, fünf Millimeter groß. Den kann ich anfärben, indem ich sozusagen Farbstoff auf die Darmwand sprühe und dann setzt er sich besser von seiner Unterfläche ab, weil er eine andere Zelloberfläche hat. Ich kann aber auch einfach auf einen Knopf drücken. Das nennt sich dann NBI, Narrow Band Imaging. Und das bedeutet, dass ich eine bestimmte Wellenlänge aus meinem Licht filtere und damit andere Kontraste darstelle, die bestimmte Veränderungen auf der Oberfläche besser darstellen. Das gibt es von unterschiedlichen Firmen. Das heißt, der eine färbt so wie links da so ein bisschen dunkler, der andere färbt es mir grün und es hat höhere Kontraste und ich kann es sehen. Ich kann aber auch so ganz einfache Dinge machen, wie ich setze einen sogenannten Igel vorne auf mein Endoskop und der streicht mir die Darmfalten glatt und damit kann ich das, was hinter einer Falte liegt, viel besser beobachten. Der Mensch allein ist aber natürlich nicht ausreichend, sondern es gibt inzwischen auch computerbasierte Detektionssysteme, CAT E oder CAT X, die der Detektion von Polypen oder aber auch der Differenzierung von Polypen in gutartig oder bösartig, Vorstufe oder schon Krebs unterstützen sollen. Und auch hier mal ein Beispiel. Wenn Sie jetzt da linke Hand gucken und Sie sehen nicht dieses komische grüne Kreuz auf den Bildern, dann wären glaube ich vielen von Ihnen diese Polypen, die Vorstufen sind, nicht aufgefallen. Das heißt, wir haben inzwischen Systeme, wo dann mitten während dem Endoskopieren, ich ziehe die zurück, gucke mir das alles an, kommt auf einmal so ein Viereck, es kommt ein Ton und sagt, schau mal da hin, das ist wahrscheinlich ein Polyp. Das gleiche hier. Auch hier sehen Sie, glaube ich, den Polypen nur sehr, sehr eingeschränkt. Der Computer sagt, da ist was. Und wenn man den dann rausvergrößert und wieder mit diesem sogenannten Narrowband Imaging anschaut, dann sieht man, aha, hier ist etwas, wahrscheinlich ein sehr ratiertes Adenom, was ich abtragen muss, weil es kann zu einem Tumor werden. Mit diesen Systemen, und das hier einfach mal nur ganz kurz, haben wir eine Steigerung der sogenannten Adenom-Detektionsrate von ungefähr 12 bis 14 Prozent. Also wenn wir vorher 76 Prozent als niedrigsten Wert der Reduktion der kolorektalen Karzinome sehen, dann können Sie jetzt die 14 Prozent draufrechnen und sagen, naja, jetzt sind wir, das ist ein bisschen laienhaft, aber schon bei 90 Prozent, wo wir sicher sind, dass wir den Tumor verhindern können. Wie geht das mit dem Abtragen? Das ist mal so ein ganz einfacher Polyp. Flache Falte, so sieht er oben links, so sieht er aus. Bevor ich ihn malträtiere, malträtieren tue ich ihn, indem ich Kochsalz mit ein bisschen blauem Farbstoff unterspritze. Dann hebt sich die Schleimhaut ab, dann kann ich mit einer Schlinge drüber gehen, benutze Strom, damit es nicht blutet, eine sogenannte Diathermie-Schlinge, und dann sehen Sie auf der rechten Seite die Abtragungsfläche. Ich berge den Polypen, der Pathologe sagt mir, was es ist. Das kann natürlich nicht, man ist nicht immer so ganz einfach. Der Polyp, den ich Ihnen gerade gezeigt habe, der war klein, vielleicht einen Zentimeter groß. Jetzt sehen Sie hier im Rektum, also am Enddarm, einen relativ großen Polypen, der wahrscheinlich bald zu einem Tumor wird. Und deswegen ist mein großes Interesse, dass ich den so rauskriege, dass er en bloc als Ganzes sich von der Oberfläche ablöst. Deswegen schaue ich jetzt mit der Farbe, wo endet er? Und dann beginne ich ihn langsam, in einer relativ langen Prozedur, es dauert dann so eineinhalb, zwei Stunden, zu umfahren mit dem Messer, bis ich ihn dann sozusagen von unten abgeschnitten habe. Und unten links sehen Sie die Abtragungsfläche. In der Mitte sehen Sie den großen Polypen und haben so ein bisschen die Zentimeter. Das heißt, der ist so gut viereinhalb Zentimeter. Und rechts, ein halbes Jahr später, da ist das alles wieder ganz normal. Und dem Patienten ist dadurch eine Operation erspart geblieben und sicherlich auch die Entwicklung eines Tumors. Ich komme zu einer weiteren Erkrankung, wo wir Prävention betreiben können. Hier ist es nicht Prävention durch Diagnostik, sondern Prävention durch Therapie. Und das ist der sogenannte Helicobacter pylori, von dem Sie alle wissen, dass er ein Magengeschwür auslösen kann, von dem Sie alle wissen, dass er sehr häufig ist und von dem Sie wahrscheinlich aber auch wissen, dass er eine Tumorerkrankung oder das Magenkarzinom auslösen kann. Sie sehen hier unten in der Welt haben wir eine Inzidenz für Helicobacter in der Gesamtbevölkerung von 34 Prozent. Und je nachdem, wie entwickelt die Länder sind, haben wir weniger. Das heißt, in der westlichen Pazifikregion, also sprich Amerika sind wir ungefähr bei 20 Prozent. In Europa inzwischen so bei 30. Das geht eher zurück. Aber zum Beispiel in Asien sind wir immer noch bei einer Prävalenz von 60 Prozent. Was können wir machen? Wir eradizieren und das sind die vielen Tabletten, die Sie in der Mitte sehen. Das heißt, wir geben eine Kombination aus Antibiotika und Säureblockade und können innerhalb von 14 Tagen den Keim antibiotisch besiegen und er kommt dann auch eigentlich in der Regel nicht wieder zurück. Der große Vorteil hier ist, wir wissen, dass das Magenkarzinom sehr spät auftritt und Sie sehen die Balken bei Männern und Frauen, die mit dem Alter zunehmen. Also haben wir viele Jahre Zeit, um den Helicobacter zu eradizieren und zu verhindern, dass dadurch ein Tumor entsteht. Das haben wir in Europa gemacht. Unten sind die Daten aus Deutschland. Und Sie sehen, durch die Eradikation haben wir durchaus einen Rückgang der Magenkrebserkrankungen so weit, dass wir inzwischen an den Universitätskliniken heftig aufpassen müssen, dass wir ausreichend Fallzahlen haben für die Zertifizierung. Weil Magenkarzinome kann man an vielen Krankenhäusern behandeln und nachdem wir jetzt nur noch deutlich weniger haben, bleibt für alle, für die Zertifizierung, Gott sei Dank, nicht mehr so viel übrig. Ich will Ihnen aber zeigen, wie effektiv das ist und das ist eine Arbeit, die eigentlich noch gar nicht so alt ist. Das heißt jetzt aus 2018 aus dem New England Journal, sehr renommierte Zeitschrift. Und hier sehen Sie, dass die Eradikation bei Patienten zu einer Reduktion um 50 Prozent des Auftreten eines Magenkarzinoms hat. Das heißt, das ist schon ganz erstaunlich, wenn Sie mit zwei Wochen Antibiotika 50 Prozent der Karzinome verhindern können. Das funktioniert sogar auch bei Familienangehörigen. Ich habe Ihnen hier oben mal Napoleon mitgebracht, weil auch der ist an einem Magenkarzinom verstorben und viele seiner Nachfahren. Also der Stammbaum, der Bonapartis, da zieht sich ganz klar das Magenkarzinom durch. Der hat auch eine genetische Veränderung gehabt, aber wahrscheinlich hat er auch einen Helicobacter. Und auch hier sehen Sie, wenn Sie Familienangehörige von Patienten mit einem Magenkarzinom behandeln, weil es ist eine fäkal-orale Übertragung, das heißt der enge Kontakt führt zur Infektion, dann sehen Sie, dass Sie auch hier nicht mit so unglaublich hohen Zahlen, aber letztendlich die Magenkarzinomrate verhindern können. Ich komme zu dem, was mir am meisten am Herzen liegt und das ist das Pankreaskarzinom. Das Pankreaskarzinom ist eine sehr seltene Erkrankung mit 16 pro 100.000 Einwohnern, aber das mittlere Überleben sind neun Monate. Das heißt, wenn Sie erkranken, ist Ihre Prognose doch sehr, sehr eingeschränkt. Jetzt muss man sich überlegen, bei Früherkennung hat man immer das Problem, und ich erzähle Ihnen das, weil ich glaube, dass wir alle dafür ein Verständnis entwickeln müssen, dass wenn Sie die Gesamtbevölkerung untersuchen, Sie natürlich viele falsch positive und viele falsch negative Ergebnisse kriegen, in Abhängigkeit davon, wie gut Ihr Test ist. Und je seltener eine Erkrankung, umso schwieriger ist es, den Erkrankten aus einer großen Gruppe herauszufiltern. Die Nadel im Heuerhaufen ist dann sprichwörtlich und es wird schwierig. So ist es also eigentlich beim Pankreaskarzinom, wenn Sie 16 pro 100.000 haben, diese Nadel zu finden ist schwierig. Und wenn Sie aber verhindern wollen, durch Prävention oder frühere Diagnose, dass Patienten erkranken, müssen Sie sich Netze schaffen. Netze, in denen die Bevölkerung reinfällt, die Risikofaktoren identifizieren und Risikokohorten bilden, bei denen die Erkrankung wahrscheinlicher ist als in der Normalbevölkerung. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, ich komme da gleich darauf, es gibt viele Familienangehörige, die an der gleichen Erkrankung gestorben sind. Wenn Sie dieses Netz der Risikokohorte gelöst haben, dann können Sie ein zweites Netz spannen und dieses zweite Netz ist der Phänotyp beziehungsweise ein serologischer Test, ein Bluttest oder ein bildgebendes Verfahren. Und wenn da Ihnen einer ins Netz geht, dann können Sie die Diagnose bestätigen, zum Beispiel durch ein bildgebendes Verfahren und wenn Sie etwas finden, dann vielleicht auch durch eine Histologie, das heißt eine Gewebeprobe. Was aber wichtig ist, Sie müssen immer abwägen zwischen Risiko und Prävalenz und im Kopf haben, wie schwierig es ist, diese Nadel im Heuhaufen zu finden. Wie ist das beim Pankreaskarzinom? Ich habe Ihnen hier mal die Risikokohorten mitgebracht. Da gibt es die hereditäre Pankreatitis, da hat man ein kumulatives Lebenszeitrisiko an einem Pankreaskarzinom zu erkranken von 40 Prozent. Das ist immens. Aber die Prävalenz ist 0,3 pro 100.000. Das heißt, das ist noch deutlich weniger als bei den Patienten, als sozusagen das Pankreaskarzinom in der Normalbevölkerung. Ähnlich ist es mit anderen genetischen Syndromen, wie das Peutzjäger-Syndrom. Dann gibt es aber auch Erkrankungen, bei denen das Risiko zwar geringer ist, aber die wesentlich häufiger sind. Und dazu gehört zum Beispiel die chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung. Wir sind wieder bei der Inflammation, die zur Karzinogenese führt, also zur Krebsentwicklung. Und hier ist es so, dass eine chronische Pankreatitis ein Risiko von ungefähr zwei Prozent hat. Aber es gibt wahrscheinlich 42 pro 100.000, die an einer chronischen Pankreatitis leiden. Und noch mehr wird es bei Patienten, die zum Beispiel einen neu diagnostizierten Diabetes haben. Da hat zwar nur einer von 100 ein Pankreaskarzinom, aber davon gibt es 270 pro 100.000. Und wenn Sie sich das überlegen, brauchen Sie unterschiedliche Herangehensweisen. Nämlich das eine ist die Surveillance in einer Hochrisikogruppe, wo Sie sagen, da gucke ich ganz genau jedes Jahr, ob sich irgendwas verändert. Und das zweite sind Screening-Verfahren, wo Sie sozusagen ein Netz spannen und sagen, ich schaue mal, ob ich einen finde. Eine Möglichkeit, wie man beim Pankreaskarzinom eine Frühdiagnose macht, und das ist was ganz Einfaches, ist der neu aufgetretene Diabetes. Und wenn dieser neu aufgetretene Diabetes mit einer Gewichtsschwankung verbunden ist, wenn das Lebensalter über 50 ist bei der Diagnosestellung, dann wissen wir mit einer Area under the Curve von 0,87, dass dieser Patient ein erhöhtes Risiko hat, um ein Pankreaskarzinom zu entwickeln. Und diese Patienten mit einem erhöhten Risiko kann man einem serologischen Test unterziehen. Das, was ich in meiner Arbeit gemacht habe, gemeinsam mit Kollegen, ist, wir haben geguckt, ob wir durch eine Metabolomanalyse, das heißt, die Metaboliten sind die kleinsten Moleküle, die wir in einer biologischen Probe detektieren können. Und das sind Stoffwechselprodukte wie Glykolipide, Polysaccharide, kleine Peptide und kleine Oligonikletide. Und die bilden sozusagen das ganze Metabolom. Und das Interessante daran ist, dass das wirklich ein Porträt ist, sozusagen, was den Zustand abbildet des Körpers. Wir haben unten das Genom. Aus dem Genom wird das Proteom translatiert und die Stoffwechselprodukte werden abgebildet durch das Metabolom. Und die Entwicklung eines Tumors ist ein Stoffwechselereignis. Sie können das darstellen mit Massenspektrometrie und je nachdem welches Verfahren der Massenspektrometrie Sie benutzen, können Sie besonders kleine oder besonders geringe Mengen an Metaboliten detektieren und können daraus Signaturen entwickeln. Das haben wir gemacht an 914 Patienten mit chronischer Pankreatitis, einer Vorstufe zum Karzinom, Pankreaskarzinom-Patienten und Kontrollen und haben 477 Metabolite gefunden. Interessant für uns war, dass der überwiegende Teil, nämlich 64 Prozent der Metabolite, aus der Gruppe der Sphingo, Myeline und Ceramide, also komplexer Lipide, stammen. Man hätte ja sagen können, es können auch Aminosäuren sein oder Stresshormone, die sozusagen genau die Tumorentwicklung im Blut anzeigen. Nein, es sind Lipide, die für die Plastizität der Membranen verantwortlich sind, die sozusagen, die für den Zelluntergang verantwortlich sind, die für die Teilung verantwortlich sind und die findet man im Blut. Und hier sehen Sie mal, das ist jetzt sehr technisch, die Metaboliten, die wir zusammengestellt haben, um einen Test zu entwickeln, der relativ gut das Pankreaskarzinom in dem Boxplot auf der rechten Seite von den Kontrollen, die keine maliegene Erkrankung haben, unterscheidet. Auf der rechten Seite ist das mal aufgeteilt in der Vier-Felder-Tafel, das finde ich jetzt immer ganz plastisch, wo man sagt, diese Patienten habe ich richtig entdeckt, diese Patienten habe ich übersehen und diese Patienten habe ich unnötig operiert oder unnötig nach einem Tumor gesucht. Und wenn man das in Daten ausdrückt, dann haben wir hier bei uns eine Accuracy von 90 Prozent, also mit 90 Prozentiger Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit können wir sagen, dieser Patient hat ein Karzinom. Und wenn es ein Karzinom ist in einem operablen und damit kurativ zu behandeln Stadium, dann wird der Test sogar noch besser. Mit solchen Daten kann man aber natürlich spielen und daraus will ich Sie auch so einen Moment mitnehmen. Wir haben jetzt sozusagen prospektiv validiert, haben geguckt, was ist dann die Signatur, die wir da entwickelt haben, damit man sie zur Marktreife führen kann. Und können also jetzt mit einem negativ prädiktiven Wert von 99,9 Prozent sagen, dieser Patient in einer angereicherten Kohorte, also mit einem Risiko für die Karzinomentwicklung, nicht in der Allgemeinbevölkerung, können wir das Karzinom ausschließen. Wenn man aber jetzt mal so ein bisschen Machine Learning macht und mal den Computer fragt, wie er denn sowas machen würde, dann kann man auch von den vorher gezeigten zehn Metaboliten das Ganze auf drei runter skalieren. Das ist natürlich viel einfacher, wenn man einen Test entwickeln möchte, der in der Breite ist. Und dann hat man immer noch einen negativ prädiktiven Wert von 99,6 Prozent und kann also sagen, du nicht, aber viel geringere Kosten. Man muss sich, wenn man sowas macht, natürlich auch immer überlegen, wann macht sowas Sinn. Und die Kosteneffektivität für das Gesundheitssystem ist natürlich was ganz Entscheidendes. Und insofern haben wir uns überlegt, und da gibt es Berechnungen dazu, die sagen, die Sensitivität unseres Testverfahrens, und das haben wir gut geschafft, sollte mehr als 88 Prozent sein. Und die Spezifität sollte mindestens 85 Prozent sein. Der Test sollte nicht mehr als 400 Euro kosten. Und wir alle müssen bereit sein, dass ein gewonnenes Lebensjahr in unserem Gesundheitssystem uns 13.500 Euro wert ist. Das würde zutreffen für Patienten mit einem neu diagnostizierten Diabetes, die nicht dick, sondern eher dünn sind und die eine Gewichtsabnahme berichten, wo wir mindestens einen Patienten finden, der ein Pankreaskarzinom hat. Und für diese Patienten wollen wir diesen Test entwickeln. Ich fasse für Sie zusammen. Die Vorsorgekuliskopie ist eine Erfolgsgeschichte, wird in Deutschland ab dem 50. Lebensjahr empfohlen. Sie verhindert das Auftreten von Darmkrebs und senkt die Mortalität. Trotzdem wird sie nur von maximal 25 Prozent der Versicherten wahrgenommen. Und da sollten sich viele von Ihnen an die Nase greifen. Eine Helicobacter pylori-Eradikationstherapie oder aber eine Impfung, das wäre die andere Möglichkeit, im Jahr von Covid wissen wir alle, dass es vielleicht doch klappt, kann 50 Prozent der Magenkarzinome verhindern. Und in Hochrisikoländern erfolgt hier bereits ein Screening endoskopisch. Für das Pankreaskarzinom ist eine Surveillance in Hochrisikogruppen sinnvoll und technisch umsetzbar. Screening in der Normalbevölkerung ist das sprichwörtliche Suchen der Nadel im Heuhaufen und somit nicht Erfolgsversprechen. Und damit bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen aus dem Chat und die Fragen von Frau Professor Biagini. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für diesen tollen Vortrag. Wir haben so eine ganz wichtige Anregung bekommen. Vielleicht packen wir morgen unsere Telefone und buchen wir eine Untersuchung. Aber das gibt uns auch viel Hoffnung, was Sie jetzt erzählt haben. Das Publikum hat schon viele Fragen gestellt, aber zuerst würden wir gerne Sie persönlich kennenlernen. Deswegen würde ich mit meiner Frage anfangen. So, Frau Mayerle, warum haben Sie sich für ein Studium und auch einen Beruf in der Medizin entschieden? Und warum gerade diese Spezialisierung? Also initial war es sicherlich so, dass ich mit dem klassischen naiven Gedanken des Jugendlichen dann rangegangen bin, ich will der Menschheit helfen. Dann gebe ich ganz offen zu, habe ich in der Schulzeit Rettungsdienste in München gefahren. Das hat aber dazu geführt, dass ich erst mal angefangen habe, Biochemie zu studieren. Weil ich mir gedacht habe, ja, erstens habe ich ein gewisses Interesse für Naturwissenschaften und auch Spaß daran. Und das, was ich da zum Teil erlebt habe, das konnte ich nicht gut verarbeiten. Nach so einem halben Jahr Labor habe ich gemerkt, mir fehlt der Mensch. Und ich habe Medizin studiert, weil ich zum einen die medizinische Versorgung, der Umgang mit den Patienten, die Möglichkeit zu helfen, die Instant Gratification, wenn Sie einen Gallenstein rausholen und die schwere Cholangitis, also Gallenwegsentzündung, behandelt ist und Sie sozusagen wirklich jemanden retten können, mag. Auch den Austausch mit den vielen unterschiedlichen Patienten, aber auch die Möglichkeit, eine angewandte Naturwissenschaft zu betreiben und die Möglichkeit zu haben, nicht nur innerhalb von Leitlinien zu behandeln, sich an Vorgaben zu behandeln, sondern selbst zu entwickeln, selbst in einem Sandkasten zu spielen und zu versuchen, wo gibt es Dinge, die ich erarbeiten kann, wo kann ich zum Fortschritt beitragen und was habe ich für Möglichkeiten. Das heißt, das ist die Vielseitigkeit und ich glaube, das Grenzgebiet zwischen Medizin und einem sozialen, zwischen der Naturwissenschaft und einem sozialen Beruf, der mich dazu geführt hat. Und warum genau diese Spezialisierung? Also, mir war sehr schnell klar, dass ich gerne Internist werden möchte. Das hat was damit zu tun, dass das Innere ist Muster erkennen und viel durchaus intellektuelle Arbeit. Ich wollte nicht der reine Handwerker werden. Und dann gibt es ja verschiedene Fachrichtungen und dann überlegt man sich, ja, der Kardiologe rettet Leben sicherlich mehr als ich. Und manchmal schneller, aber er ist auch immer wie ganz mit Grenzsituationen konfrontiert, in denen er ganz schnell Entscheidungen treffen muss. In der Gastroenterologie habe ich einen Moment mehr Zeit, doch nochmal zu überlegen und Hilfe zu holen. Das heißt, dafür habe ich mich irgendwie wohler gefühlt und es gibt einem doch aber auch die Möglichkeit, manuell zu arbeiten. Das heißt, ich endoskopiere wirklich gern, es macht mir Spaß, möchte ich auch nicht vermissen. Und der Gastroenterologe hat den Vorteil, dass er die Onkologie, das heißt die gastrointestinale Onkologie, in seinem Bereich mit drin hat. Das heißt, ich habe auch einen Teil der Onkologie und es ist sehr breit. Und insofern war das dann irgendwann mein Wunsch. Und so ein bisschen hat es auch meine Doktorarbeit getriggert, die ich mir natürlich schon auch sehr bewusst in dem Bereich gesucht habe. Ja, wir haben also von Ihren Worten, auch für Ihren Vortrag, wir haben jetzt gesehen, wie wichtig für Sie auch diese klinische Tätigkeit ist. Aber Sie kombinieren irgendwie Forschung mit dieser intensive klinischen Tätigkeit. Wie schaffen Sie das? Wie Sie Ihren Lehrstuhl mit der zusätzlichen Funktion einer Vizepräsidentin kombinieren. Der Tag hat sicherlich mehr als acht Stunden, aber ich glaube, schaffen tue ich das, weil es mir Freude macht. Weil letztendlich der Inhalt der Arbeit das ist, was mich trägt und was mich motiviert. Und es muss mich niemand von außen motivieren, da jetzt hinzugehen. Und wenn es dann halt eine halbe Stunde länger oder eine Stunde länger dauert, dann ist das so. Aber ich muss mich nicht zwingen zu arbeiten, sondern ich mache das, was ich gern mache. Und ich glaube, in dem Moment, wo man das, was man macht, gerne macht und gut macht und die positive Rückmeldung kriegt, entsteht daraus auch viel Energie. Ja, Ihre Begeisterung kann ich auch nachvollziehen. Und jetzt hätte ich aber ein bisschen eine persönliche Frage, sogar zwei an Sie. Und zwar, Frau Mayer, was war Ihr größter Erfolg? Also ich glaube schon, dass einer der größten Erfolge war, hier an die Universität, auf den doch Deutschland größten Lehrstuhl für Gastroenterologie berufen zu werden. Auch verbunden mit der Freude, wieder zu Hause zu sein. Also in der Stadt, in der ich groß geworden bin, die ich lieb gewonnen habe, in der ich meine Schulfreunde habe. Und auch das ist ja etwas, ein breiter Austausch und ein soziales Umfeld ist etwas, was einen natürlich trägt im Alltag. Das heißt, das würde ich schon eigentlich denken, dass das mein größter Erfolg war oder meine größte Freude. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich darauf spezifisch hingearbeitet hätte, sondern ich glaube, das sind Wege, die sich einfach entwickeln. Aber ich würde das, also es hat mir schon viel Freude gemacht. Auch an der Lemu freuen wir uns auf Sie. Aber was war Ihre größte Niederlage? Ja, das ist heute eine nicht ganz einfach zu beantwortende Frage, weil sie mir wirklich nahe geht. Also heute ist der erste Todestag meiner Mutter. Und meine Mutter ist vor einem Jahr an einem Pankreaskarzinom gestorben. Und wenn Sie sozusagen große Teile Ihrer medizinischen Laufbahn der Erforschung dieser Erkrankung widmen und dann hilflos am Bett sitzen, dann habe ich das schon als eine sehr, sehr große Niederlage empfunden. Ja, das kann ich auch, auch das kann ich nachvollziehen. Aber es ist auch Ansporn, weiterzumachen. Ja, absolut. Es kommt die Mutter des Nächsten. Jetzt kommen wir zurück zur Forschung. Sie haben uns schon viel Hoffnung gegeben. Aber wohin bewegt sich Ihrer Meinung nach, Ihrer Forschung im Gebiet in den nächsten fünf Jahren? Das bedeutet, können wir noch mehr Hoffnung haben? Ja, also ich habe Ihnen jetzt ja nur einen Ausblick auf die Prävention gegeben. Und letztendlich ist das, was wir in der Therapie erreichen, natürlich auch mindestens so erfolgsversprechend. Also wir haben in den letzten Jahren therapeutische Fortschritte in der Tumortherapie gemacht. Wir haben neue Therapiemodalitäten gefunden. Ich meine, wir haben den Nobelpreis für die Immuntherapie verliehen letztes Jahr. Das sind schon große Erfolge. Wir können inzwischen einzelne Zellen modifizieren, damit sie einen Tumor angreifen. Wir können Gentherapie machen, um sozusagen Erkrankungen zu heilen. Das heißt, ich glaube, dass dieses Schlüsselschlossprinzip und dieses sehr wesentlich speziferische Angreifen der Tumorerkrankungen uns weit bringen wird. Und insofern habe ich da sicherlich Hoffnung. Jetzt muss ich aber eins dazu sagen. Also das Pankreaskarzinom ist eins meiner Steckenpferde. Aber es gibt schon noch eine andere Erkrankung. Und das ist die Bauchspeicheldrüsenentzündung, die mir mindestens so wichtig ist. Und da hoffe ich auch, dass wir uns gerade in der immunologischen Therapie weiterentwickeln können und durch das Verständnis der Entzündungsreaktion bessere therapeutische Verfahren anbieten können. Dann noch weitere Erinnerungen. Und jetzt bleiben wir bei der Forschung. Fangen wir mit der Frage vom Publikum. In der Tat gibt es eine Frage. Wie ist der Stand der Forschung weltweit? Und ist Deutschland Vorreiter? Oh, das kommt ganz darauf an, in welchem Bereich Sie das sehen. Also bei der Vorsorgekoloskopie habe ich Ihnen gezeigt, dass diejenigen, die das als erstes flächendeckend eingeführt waren, die Amerikaner waren. Die haben 1977 damit angefangen, das relativ systematisch zu untersuchen und Europa ist dahinter hergelaufen. Wir sind durchaus sehr aktiv in der Artificial Intelligence und im Nachweis. Da gibt es also durchaus deutsche Firmen, die da marktführend sind und auch vor allem Institute, die daran arbeiten. Ich glaube, das so global zu beantworten, das geht schwierig, sondern man kann sich eigentlich immer nur Bereiche rauspicken, wo wir besonders stark sind. Und da gibt es sicherlich einige. Es gibt andere, in denen wir weniger stark sind. Und da habe ich immer das Gefühl, dass wir uns selbst im Weg stehen, weil wir über unsere Überregulation, sei es durch den Datenschutz, sei es durch unser Vertragswesen, was bei der Initierung von Studien unglaubliche Probleme macht, unsere meistens sehr, sehr gründliche Verwaltung, länger brauchen, bis wir Dinge auf die Straße kriegen. Und das behindert uns. Wir haben auch, glaube ich, weniger, wir haben mehr Erfinder und sind, glaube ich, kreativer in vielen Bereichen, aber wir sind schlechter darin, die Erfindungen wirklich dann in die Praxis umzusetzen. Und ich glaube, das liegt an unserem System. Okay. Unsere Zuschauer fragen sich auch, was sind Ihre Top 3 Tipps, um das persönliche Krebsrisiko effektiv zu senken? Gesunde Ernährung, Sport und die vorgesehenen Vorsorgeuntersuchungen, die die Krankenkasse anbietet, wirklich wahrzunehmen, nicht zu rauchen. Einige fragen sich, ob die kulturelle Herkunft zusätzlich zu Alter und Geschlecht auch stärker in der Krebsforschung mitberusichtigt werden sollte. Also fangen wir mal mit dem Geschlecht an, das ist nämlich hochinteressant. Das Geschlecht wird aus meiner Sicht zu wenig berücksichtigt. Und um nochmal beim Darmkrebs zu bleiben, Frauen profitieren wahrscheinlich von bestimmten Therapien weniger als Männer. Das ist aber nie systematisch untersucht worden, sondern immer nur, indem man aus den Studien Frauen versus Männer gerechnet hat, aber nie einfach mal randomisiert hat, Frau gegen Frau oder Mann gegen Mann. So dass das eigentlich nicht legitime Rückschlüsse sind, die aber, glaube ich, durchaus notwendig wären, das sollte man tun. Bei den genetischen Veränderungen, das heißt der kulturelle Background, da ist es so, dass der Mensch sich an seine Umgebung relativ schnell anpasst. Und zum Beispiel das Krebsrisiko eines Migranten schon in der zweiten Generation, dem entspricht eines dort immer, also eines Einheimischen, klingt so blöd. Aber da ist es sozusagen, die Lebensumstände und Faktoren spielen eine größere Rolle als der genetische Background. In der Tat, fragt auch ein Zuschauer, wie viele Prozent der Darmkrebserkrankungen sind auf eine genetische Veranlagung zurückzuführen? Ungefähr drei bis fünf Prozent, also wenige. Wir haben auch einen konkreten Fall. Eine Zuschauerin, die 22 Jahre alt, hatte in der Familie sowohl der Grossenkel als auch die Mutter und die Oma. Mit Polypen. Dann fragt sie, soll sie eher früher zur Vorsorgeuntersuchung oder welcher Ratschlagung? Es kommt darauf an, wann die Großeltern die Polypen entwickelt haben. Also Polypen zu entwickeln im Alter von 60 oder 70 ist jetzt, oder auch 50, ist nichts Ungewöhnliches. Und wenn die Polypen dann behandelt worden sind, ist auch gut. Wenn sich sehr früh eine Tumorerkrankung manifestiert hat, dann würde man sicherlich eine genetische Untersuchung empfohlen haben. Beziehungsweise wenn, und dann den Angehörigen entsprechende Vorsorgestrategien vorgeschlagen haben. Aber wenn es keine Tumorerkrankung gab, sondern nur Polypen, dann ist die vorgesehene Vorsorgecholoskopie im Alter von 50 absolut ausreichend. Sie haben das schon genannt, dass auch Artificial Intelligence eingesetzt wird. Jetzt wurde gefragt, was sind die Vorteile von dieser Artificial Intelligence bei der Krebsfuerkennung? Wie oft wird in Deutschland das eingesetzt? Und wie weit sind auch andere Länder? Also die Artificial Intelligence ist inzwischen so weit, dass sie in den Endoskopen eingebaut wird. Das heißt, man hat sozusagen ein Gerät und kann es einfach nutzen. Es wird momentan in Studien evaluiert. Und was wir zum Beispiel nicht sagen können ist, ich habe Ihnen ja gezeigt, dass das Entscheidende ist, dass die Polypektomie die Gesamtmortalität sinkt. Das heißt, dass wir einen für uns allen relevanten Endpunkt haben. Reduktion, Tod. Es ist nicht sicher, dass wenn wir jetzt ganz viele kleine Polypen, die ich nicht sehe und die mir die Artificial Intelligence jetzt zeigt, wenn ich die alle wieder wegmache, dass ich damit noch mehr Mortalität senke, weil diese Polypen wachsen sehr langsam und in den Kontrollintervallen, die wir vorschlagen, würden wir sie dann eigentlich beim nächsten Mal sehen. Ich glaube, dass es mittelfristig flächendeckend eingesetzt wird, aber das ist momentan, das ist noch ein lernendes System. Jetzt kommen wir zurück eher zu dieser Elikobacter-Infektion. Ein Zuschauer fragt sich, was sind die Symptome einer Elikobacter-Infektion? Sie können Magenschmerzen haben, Völlegefühl. Das kann aber auch komplett asymptomatisch sein. Deswegen hat man auch diese Studie gemacht, zu erandizieren, bei den Angehörigen von Patienten mit Magenkarzinom. Und dann zu gucken, was da rauskommt. Also das muss nicht unbedingt bemerkt werden. Das ist vielleicht auch das Problem. Für mich ist es eine Berufserkrankung, wenn Sie so wollen. Also der Gastroenterologe hat eine hohe Durchseuchungsrate, weil was macht er die ganze Zeit? Patienten, die es haben, endoskopieren und dann kommt auch der ein oder andere eine Elikobacter. Was muss sich aus Ihrer Sicht verändern, damit mehr Menschen Bewusstsein für die Wichtigkeit von Darmkrebsversorgung haben? Zum Beispiel in Bayern. Was wir versucht haben, war das Weißbier danach. Das heißt, wir haben versucht, die Leute mit einer großen Plakataktion in die Praxen zu locken und gesagt, also wenn ihr euch koloskopieren habt, kriegt ihr danach eine Brezen und ein alkoholfreies Weißbier. Das war natürlich das Ziel, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken und zu sagen, hier, mach das. Wir versuchen das an die Aufklärung, gibt es auch eine Idee, an die Zahnärzte zu koppeln. Jeder von uns geht zum Zahnarzt, da muss er irgendwann mal hin. Und dann sagt der Zahnarzt, passen wir mal auf, Sie müssen eigentlich auch zur Darmspiegelung. Und ich habe da einen Flyer, lesen Sie sich den mal durch. Wie wäre es? Wir haben überlegt, das an den Frauenarzt zu koppeln und an den Urologen. Dass die beiden Ärzte, die man auch sieht, irgendwann mal sagen, sie sind jetzt eigentlich dran. Also es gibt schon viele Überlegungen und auch immer wieder in der Zeitung, Medienaktionen, darauf hinzuweisen. Letztendlich, glaube ich, ist es für uns alle natürlich ein Bereich, der uns unangenehm ist, wo wir nicht gern drüber reden und dann die Zeit vergeht schnell. Was macht zum Beispiel Hamburg besser als wir in Bayern? Können Sie das sagen? Ich glaube, naja, Hamburg ist ein Stadtstaat, hohes Einkommen, also die Bevölkerungsstruktur, sehr gebildet, sehr Ballungszentrum, viele Praxen an einem Ort. Bayern ist ein Flächenstaat. Das heißt, das ist, glaube ich, auch die einfache Zugänglichkeit, die natürlich eine Rolle spielt. Aber das ist Spekulation. Jetzt haben wir eine Frage von einer Zuschauerin, die fragt, wie sieht die Beobachtung von Pankreaszisten aus? Reichen MRCBS aus oder sollte eine Endosogranografie durchgeführt werden? Ist der neue Metabolon-Test auch hier geeint? Also die haben schon aufgepasst. Oh ja, die haben sehr aufgepasst. Also das ist, letztendlich wäre das ein zweiter Vortrag. Wir wissen, dass Bauchspeicheldrüsenzysten in 50 Prozent der Bevölkerung, der asymptomatischen Bevölkerung auftreten, wenn wir ein rein MRT oder eine rein MRCP machen. Das hat nicht dazu geführt, dass die Rate an Tumorerkrankungen explodiert ist. Das heißt, die waren da schon immer, wir haben die nur nicht gefunden und jetzt werden unsere Methoden immer sensitiver. Was man aber auch weiß, ist, dass sozusagen nur Zysten, die über einen Zentimeter groß sind, gefährlich werden können. Also der Über- und dann sind das nur noch etwa 5 Prozent oder 3 Prozent, die also größere Zysten haben. Das heißt, die Gruppe wird wesentlich kleiner. Und dann muss man sich diese Zysten sehr genau angucken, weil nur ein Teil davon sind Vorstufen für einen Tumor. Der überwiegende Teil ist auch vielleicht einfach ganz harmlos. Und da gibt es morphologische Kriterien, die man sowohl im MRT als auch im Endosono beurteilen kann. Das MRT ist gut, um die Größe zu bewerten, weil da hat man ein Bild, da legt man ein Lineal rein und sagt, das ist so groß. Bei der Endosonografie hängt die Größe stark davon ab, wo Ihr Ultraschallgerät steht. Und Sie messen es, weil der Magen sich ja auch bewegt, nicht immer an der gleichen Stelle aus. Dafür haben Sie aber den Vorteil, dass Sie kleine Gewebsveränderungen in den Zysten beobachten können. Und die wiederum sind hinweisend darauf, dass sich ein Tumor entwickeln könnte. Deswegen sind die beiden Verfahren nicht entweder das eine oder das andere, sondern immer komplementär zu sehen. Und die Abhängigkeit, wann man das machen sollte und wie häufig, ist davon abhängig, wie groß diese Zyste ist. Da gibt es Leitlinien, die kommt man einfach durch. Das ist wie so ein Algorithmus. Der Vorteil der Endosonografie ist, dass man punktieren kann. Das heißt, man kann die Artdiagnose besser bestimmen, indem man die Flüssigkeit analysiert. Das kann einem in der Entscheidung helfen. Und insofern, glaube ich, kann man das generell nicht so einfach beantworten, ob unser Metabolom-Test dafür verantwortlich ist. Das sage ich Ihnen in einem guten Jahr. Weil wir haben eine weitere prospektive Studie gemacht, wo wir genau diese Patienten mit eingeschlossen haben. Wir haben 1375 Patienten dafür rekrutiert und wir sind momentan in der Phase, das auszuwerten und zu gucken, wie gut das funktioniert. Okay. Dann hätte ich vielleicht eine letzte Frage an Sie. Unsere Zuschauer fragen sich, haben alle Gastroenterologen diese modernen technischen Hilfsmittel zur Erkennung und Abtragung von Polyphen in Einsatz? Oder müssen wir zu Ihnen kommen? Also die Artificial Intelligence ist sicherlich auch nicht flächendeckend in allen Krankenhäusern vorhanden. Das ist einfach noch in der Entwicklung. Aber auch nochmal darauf hingewiesen, ich finde mehr Polypen, aber ob mir das wirklich viel mehr bringt, weiß ich nicht. Das muss uns die Zukunft zeigen. Ich finde mehr. Also da ist es sicherlich so, dass das etwas ist, was überwiegend jetzt an den mindestens Maximalversorgern oder Universitäten genutzt wird und noch nicht in der breiten Fläche. Aber das wird kommen. Und Sie sind nicht schlechter behandelt. Also die relevanten Befunde werden deutschlandweit und das zeigen uns auch die Krankenkassendaten gefunden. Dann, liebe Frau Mayerle, vielen herzlichen Dank für Ihren Vortrag und auch Ihre Antwort. Sie haben uns wirklich wichtige Anregungen für unsere Gesundheit gegeben. Und Sie haben auch sogar die Zeit gefunden, hierher zu kommen. Jetzt sind wir zum Schluss unserer ersten ELT Lecture gekommen. Wie gesagt, ich habe mich schon herzlich bedankt bei der Frau Dr. Mayerle, dass sie hier gewesen ist. Und ich hoffe, dass Sie auch so viele wichtige Anregungen für Ihre Gesundheit bekommen haben. Wir haben auch eine inspirierende und tolle Persönlichkeit kennengelernt. Zum Schluss möchte ich mich auch bei den Teams von Zentralen Diversity Management der LMU, bei Kommunikation und Presse der LMU und bei der Media School Bayern bedanken. Und auch bei allen Beteiligungen an unsere Diversity Months 2021, We Care LMU. Ohne Ihren Einsatz oder Ihre Begeisterung wäre alles nicht möglich gewesen. Und natürlich vielen Dank an Sie, liebe Zuschauer, liebe Mitglieder der LMU Community, dass Sie heute dabei gewesen sind. Gerne wiederhole ich meine ärztliche Einladung an Sie allen, an unsere Diversity Months 2021 We Care LMU teilzunehmen. Wir haben rund um 70 spannende Aktionen und Events für Sie vorbereitet. Ich hoffe, dass Sie heute interessante Einblicke bekommen haben und dass wir uns alle zusammen an der LMU für ein gesundheitsforderndes Arbeit und Studiumfeld engagieren können. Denn, because we care at LMU. Ich wünsche Ihnen alles Gute und einen schönen Abend. Und jetzt bleibt mir nur eins zu sagen. Dear LMU Community, take care. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.